Dion, Ausgrabung, die antike Stadt Dion ist eine archäologische Städte in der Pieria, der Region um die megdonische Stadt Katharini. Hintergrund Dion ist eine antike Stadt am Fuße des Olympus und war Ort der Verehrung des Göttervaters Zeus, dessen Namen sie auch trägt. Heute besteht sie aus der Ausgrabungsstädte und einer kleinen Ortschaft. Sie liegt in der Nähe von Katharini oder Leto Schoro, dem Ausgangsort zu Olymp Turin, in der Nähe der Olympischen Riviera. Geschichte Die in der antike heilige Stadt des Göttervaters Zeus war mit ihren Wasserläufen und großen Bäumen der zentrale Ort der Verehrung des Zeus und der Musen, die Töchter aus der Verbindung von Zeus und der Mnemosyne, in der Nähe des in der Mythologie überlieferten Wohnsitzes der griechischen Götter, des Olymp. Erstmals wurde die Stadt Dion vom griechischen Geschichtsschreiber Thucydides in der Beschreibung des Zuges der Spartaner nach Thessalien im Jahre 424 v. Chr. erwähnt. Nach der Überlieferung war die von Pia innen gegründete Stadt bereits seit ca. 700 v. Chr. von Mekdon Ehren bewohnt. Unter dem ersten makedonischen König Eichelausi wurden hier gegen das Ende des 5. J.D.T. v. Chr. erstmals olympische Festspiele mit neun Tage dauernden sportlichen und musischen Wettkämpfen mit Theateraufführungen zu Ehren des olympischen Zeus abgehalten. Von Diodor wird berichtet, wie Alexander der Große vor seinem Feldzug zum Abschied hier Festspiele mit Opferhandlungen durchführte. Er legte auch in seinem Testament fest, dass in der Stadt Dion ein prächtiger Zeus-Tempel errichtet werden sollte. 219 v. Chr. wurde die Stadt von einem Feldzug der Ätola verwüstet und bald wieder aufgebaut, aus dieser Zeit stammen zahlreiche Inschriften. Die prachtvolle Stadt mit zahlreichen öffentlichen Bauten wurde 169 v. Chr. von den Römern besetzt und erlebte als Kolonia Julia Augusta Dinsis eine zweite Blütezeit. Als Bischofssitz existierte die Stadt bis ins 4.5. Jahrhundert und wurde als Folge von Zerstörungen durch Erdbeben und Schlamlawinen und von Barbarenanfällen verlassen. Die Ruinen in der Nähe des Dorfs Malatria wurden 1806 vom englischen Reiseschriftsteller w.m.like als diejenigen von Dion identifiziert und nach der Befreiung von der osmanischen Herrschaft 1861-65 von L.heuzei erforscht. Systematische Ausgrabungen begannen unter G. Sotiriadis durch die Universität des Helleniki im Jahre 1928. Um 1931 wurde das hellenistische Theater freigelegt, ab 1973 erfolgte unter die Banda Malis die dritte Phase der Ausgrabungen. Mit dem Flugzeug der nächste Flughafen ist er von, eine gute Autostunde von Dion entfernt. Mit der Bahn der nächste Bahnhof ist er von Katerini, an der Schnellzuglinie von Sesseleniki nach Athen. Auf der Straße über die mautpflichtige Autobahn A1 von Athen nach Sesseleniki kann man Dion erreichen. Die Ausgrabungen von Dion sind von der Autobahn her ausgeschildert. Beim archäologischen Park zahlreiche teils schattige Parkplätze, beim im Ortszentrum gelegenen Museum ist das Parkplatzangebot knapper. Die Distanz dorthin beträgt 700 Meter und kann in der Sommerhitze in ca. 10 Minuten auch zu Fuß zurückgelegt werden. Mobilität der archäologische Park erstreckt sich über ein Gebiet von ca. 1,2 x 0,8 Kilometer. Vom Parkeingang her erreicht man die meisten Sehenswürdigkeiten in 6 bis 8 Minuten auf einem gut ausgehehschilderten Wegnetz zu Fuß. Großteils sind die geschotterten Wege auch rollstuhlgängig. Rundgang durch den archäologischen Park Vom Eingangsbereich gelangt man zu den heiligen Quellen, die mit dem Kult der Musen in Zusammenhand stehen. Das Quellwasser strömt als Flüsschenwaffürers in den Thermäischen Golf. Zwischen den Wasserpflanzen erkennt man Fische im klaren Quellwasser, Baden verboten. Nach rechts süden gelangt man zum hellenistischen Theater. Dieses Theater wurde am Ort des Theaters der klassischen Zeit neu errichtet. Von den Sitzreihen waren die Unterstrukturen, die Orchestra, 100 antike Fußriesb, 25 Meter durchmessend, und die Fundamente des Prosiniums, Bühnengebäude, erhalten. Die Sitzreihen für die Zuschauer stammen aus neuer Zeit. Auf der Freifläche zwischen dem Theater und dem heiligen Bezirk des Zeus-Heiligtums waren die Festlichkeiten vor dem Feldzug Alexanders des Großen abgehalten worden. Das Heiligtum des Zeus lag in einer von einer Mauer umgebenen flachen Grube im Freien unter Hohen, dem Zeuth Heiligen, Eichen. Hier fanden sich neben anderen Strukturen ein 22 Meter langer Altar aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, der wohl am Ort älterer Strukturen errichtet worden war. Hier waren wohl auch die berühmten von Lysippos geschaffenen bronzenen Reiterstatuen von gefallenen Gefährten Alexanders des Großen, die nach antiken Berichten nach Rom verbracht worden waren. Das römische Theater war wohl im 2. J.D.T. nach Christus errichtet worden. Von ihm sind die segmentförmigen Unterstrukturen, welche die 24 Sitzreihen unterstützten, die 20 Meter durchmessende Orchestra und die Fundamente des Prosiniums, Bühnenhauses, erhalten. Hier wurden eine Hermes-Statue und eine römische Kaiserstatue mit Rüstung gefunden. Entlang des Wasserlaufs führt der Weg zu weiteren Heiligtümern, welche außerhalb der Stadtmauern angelegt waren extra muros, und zwischen denen genügend Platz für die Pilgerströme zu den Zeiten der olympischen Festspiele war. Das Heiligtum des Zeus Hypsestus stammt aus römischer Zeit. Im von einer Mauer umgebenen heiligen Bezirk Demenos, führte ein Weg mit Säulen, die mit Adlerstatuen verziert waren, zum Tempel. Dieser bestand nur aus einer von Säulen umgebenen Keller, auf einem Podest fand sich die erstaunlich gut erhaltene Götterstatue des Zeus, in der rechten Hand einen Blitz und in der linken das Zepter haltend. Eine Marmorskulptur eines Adlers mit ausgebreiteten Schwingen war der Statue zugewendet. Im Westen lag das Demeter, Heiligtum, in welchem sich zum einen die ältesten Gebäude fanden, welches aber auch bis ins vierte Jahrhundert nach Christus betrieben wurde. In dem Bereich wurden später kleine hausähnliche Einzeltempel errichtet. Nach Osten führt eine Brücke über den Wasserlauf des Waffürers zum Isis, Heiligtum, zuvor der Art dem es gewidmet. Diese heilige Städte wurde von Alexander dem Großen speziell verehrt. Ein Weg führt zu dem zentralen Tempelchen mit vier Säulen an der Front, Becken zu beiden Seiten symbolisieren die Wasser des Nils. Hier fand sich ein Abbild der Gottheit mit einer Gabe und einem Rundgang durchs Archäologische Museum Die Beschriftung im Museum ist durchgehend griechisch, englisch, im Führer erläuternde Texte auf Deutsch. Im Hof und Vorhalle fanden aus mehreren makedonischen Kamergräbern, die am Fuß des Olymps ausgegraben wurden. Im Erdgeschoss fallen vor allem die zahlreichen Marmorstatuen aus den Heiligtümern von Isis und Demeter und aus dem Thermenkomplex auf. Neben verschiedenen Götterstatuten, Isis, Aphrodite, fallen die Steinplatten mit Fußabdrücken von jeweils einem Mann und einer Frau auf, welche wohl von Pilgern als Weihgeschenke hinterlassen worden waren. Neben zahlreichen Inschriften und Grabstählen sind auch Kleinfunde und Münzen ausgestellt. Im Obergeschoss ist die sonst nur in antiken Schriften erwähnte Hydraulis, ein orgelähnliches Instrument mit einem von Wasser komprimierten Lufttank zur Aufrechterhaltung des Luftdrucks zum Betrieb der Orgel einmalig. Des Weiteren sind zahlreiche Reliefs und Grabstählen ausgestellt. Im Untergeschoss findet sich eine didaktische Ausstellung. Gegenstände und Funde aus dem antiken Alltag sind hier für jüngere Besucher anschaulich ausgestellt, vor allem griechische Schulen und Studenten nehmen das Angebot wahr. Aktivitäten Besichtigung des Archäologischen Parks mit seinen teils beschatteten Wegen entlang der Wasserläufe. Am besten kommt man schon früh am Morgen, bevor die Touristenbusse anrollen. Besichtigung des Archäologischen Museums mit drei Sälen auf drei Etagen. Im antiken Theater werden im Sommer abends Stücke aufgeführt, Programme vor Ort erfragen. Einkaufen beim Eingang zum Archäologischen Park bietet ein Museumsschub Ausgrabungsführer, Auch in Deutsch, und Andenkungen in der Straße zum Archäologischen Museum finden sich mehrere Souvenirgeschäfte mit Repliken griechischer Vasen und Statuetten, etc. In einer Nebenstraße im Ortion befindet sich ein kleiner Supermarkt. Küche am Eingang zum Archäologischen Park bekommt man Getränke und Eis in der Straße zum Archäologischen Museum erwarten gleich mehrere Tavernen in der Saison die Touristen bereits am Mittag. Nachtleben Nacht sind die Ausgrabungen geschlossen. Will man etwas erleben, muss man in das nahegelegene Katharini ausweichen. Hier ist eigentlich immer etwas los. Man findet griechische Küche und griechisches Nightlife. Eine andere Möglichkeit ist die Ortschaft Lito-Schoro, von wo aus viele die Tour zum Olymp starten. Unterkunft in der Ortschaft John werden in der Saison fremden Zimmer angeboten. Sicherheit nur die üblichen Tipps beachten und alles ist gut. Praktische Hinweise Festes Schuhwerk erleichtert die Begehung der Wege, im Sommer Sonnenschutz und genügend Getränke mitnehmen. Wasserspender mit Trinkwassersprudeln wie kleine Springbrunnen allerdings an verschiedenen Orten im Archäologischen Park. Vor Ort hat man Mobiltelefonverbindungen in alle Netze. Einen Wi-Fi-Anschluss sucht man aber vergebens. Post nach Deutschland benötigt zwei bis drei Tage. Postkarten findet man im Laden am Eingang. Ausflüge nach Lito-Schoro und zum Olymp zu Urlea, Schlucht an der Nordflanke des Olymps.